Und zwar wird es demnächst ein neues, äh, ja, Endergames-Kit geben, das sich Thor nennt. Yo, Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute spielen wir ein bisschen Minecraft-Quick-Survival-Games auf dem GOMMA-HD.net-Server, denn der liebe Randy-MC-Server ist ein bisschen down und, äh, wir haben schon mal ein Schwert, das, äh, gefällt mir gut. Äh, ja, gefällt mir gut, okay. Ja, aber, äh, ich wollte ein bisschen was ansprechen und zwar wird es demnächst, und zwar wird es demnächst ein neues, äh, ja, Endergames-Kit geben, das sich Thor nennt. Dieses Kit, wenn wir als ein, ja, komm schon, wenn dieses Kit auf jeden Fall, oh Gott, oh, dieses Kit ist auf jeden Fall ein besonderes Kit, denn, äh, was man zu dem Kit sagen kann, was schon veröffentlicht wurde, übrigens im GOMMA-HD.net-Forum, wer da noch nicht registriert ist, sollte sich auf jeden Fall registrieren, denn da bekommt ihr neue Infos immer täglich, glaube ich sogar, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall bekommt ihr da immer Infos, wenn was Neues oder so ansteht. So, jetzt werden wir wahrscheinlich sterben, aber, äh, das ist mir eigentlich letztendlich egal. Ähm, das Thor-Kit bekommen, nämlich nur Teammitglieder und YouTuber, ist klar, ist eigentlich, äh, ja, die haben es ja sowieso immer. Wir haben Steinschwert aufgenommen, sehr cool. Oh Gott, der macht das so gut, ne? Ich, vielleicht locke ich ihn jetzt da. Wieso schießt du denn mich ab? Nen, aber, äh, das Kit bekommen nur Teammitglieder und YouTuber und die Leute, die unter dem Platz 100 sind in Ender Games. Beleuchtet, ihr solltet, ich gebe euch den großen, äh, und guten Tipp, suchtet Ender Games, denn, dann dürft ihr dieses Kit spielen. Denn, und, es gibt auch noch eine Möglichkeit, dieses Kit zu bekommen, äh, ich weiß gar nicht, ich spiele jetzt zwar Quicksal-Value-Games und erzähle das, aber ich möchte ganz gerne einfach nur was erzählen, so ein bisschen, ähm, es gibt noch eine Möglichkeit, dieses Kit zu bekommen, und zwar durch Wildcats, die, äh, auf dem Twitter-Account von gommahd.net verlost werden. Bedeutet, ihr habt doch noch die Chance, ohne dass ihr suchten müsst oder irgendwie YouTuber-Rang habt oder Mod-Rang oder sonst irgendwie ein Teammitglieder-Rang, ähm, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, und zwar könnt ihr dann einfach da beim Gewinnspiel mitmachen, die sind, meistens gehen die immer bis 20 Uhr, die werden morgens, glaube ich, immer veranstaltet oder nachmittags irgendwie 16 Uhr oder so, und, äh, dann könnt ihr da mitmachen und habt vielleicht ja gewonnen. Und dann bekommt ihr das Kit freigeschaltet vom gommahd.net-Team und könnt es dann letztendlich vorstellen, wenn ihr ein kleinerer YouTube-Kanal seid oder sonst irgendwie was. Haben wir Sounds an? Ja, okay, gut. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. So, der hat natürlich ziemlich gutes Equip. Ja, gut, wir haben nur Full Iron, leider. Aber eventuell schaffen wir das ja trotzdem. Äh, nein. Nächste Runde auf der Map, äh, hier, Avesta, genau, Avesta ist es. So, okay, davon ist schon mal ein Gegner, der sich ein bisschen equippt. Aber, wenn ihr das Kit spielen wollt, zockt einfach Endergames und dann eventuell kommt ihr ja sogar unter die Top 100, wir werden einfach mal getötet. Ich bin auch echt gespannt, muss ich sagen, welches, äh, welche Fähigkeiten dieses Kit haben wird. Ich denke mal, es wird, ich glaube sogar, es wird wirklich ein, äh, bisschen Rüstung haben und ein Schwert, glaube ich, auch. Ich glaube, das wird irgendwie so ein Stick oder so haben, weiß ich nicht. Oder so ein Hammer oder so, irgendwie so eine Axt, irgendwie sowas wird das bestimmt haben. Ähm, ist ja, äh, Thor-Style. Und wir spielen hier auf der Map Super Mario, oh ja, die erinnert mich, äh, wirklich an die, ähm, an die, äh, Super Mario Map, ähm, von Lucky Race. Was, äh, ich finde es ein bisschen schade, dass der Randy-Server heute ein bisschen down ist. Ich habe nämlich jetzt den ganzen Tag lang gewartet und wollte unbedingt Lucky Race spielen und aufnehmen und so weiter und so fort. Jedoch ist der Server immer noch offline. Wenn ihr das Video seht, ist er vielleicht wieder online. Also ist euer, äh, eure Chance ein bisschen Lucky Race zu spielen, wenn das Video online ist. Und, ähm, da vorne kommt wieder einer mit so gutem Equip. Der hat auch einen PvP-Skin. Ja, guck mal, du mit deiner Angel. Geh doch mal weg. Immer sterben wir, Mann. Egal, Freunde, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch einfach mal eine Bewertung da. Am liebsten würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Heute war das nicht so ein bisschen rumgeschrei und so. Und, äh, von daher sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein und tschüss.